Hallo bei HotHacko, heute nehme ich euch mit auf eine kleine Runde über Esebeck. Auf der mittleren Ebene entlang, dann oben auf dem Grat lang und zwischendurch kurz durch den Wald. Das Ganze jetzt an Christi Himmelfahrt, besser bekannt als Vaterdach, nicht? So, wir schwenken am Winterstall vorbei und da ist auch schon Esebeck. So, viel Spaß. So, viel Spaß. So, viel Spaß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, diese kleine Runde über Esebeck gehe ich immer wieder gerne. Sie ist ein Traum bei schönem Wetter. Heute an Vaterdach sind lauter lustigen, getrunkenen Leuten auf dem Weg. Und das war's auch schon.